Steigern Sie Ihre sportliche Karriere mit einem Leistungsschutz, der genau wie Ihr eigener Körper funktioniert. Loblos Lick Dual Density Mundschutz, dünster Beuland-Bite-Mundschutz auf dem Markt, der keine Abdrücke hinterlässt. Entwickelt von einem ehemaligen Olympiateilnehmer und MMA-Europameister und hergestellt in Schweden. Loblos Lick hat eine steife äußere Schicht, die Aufprallkräfte hervorragend verteilt. Mithilfe unserer Vakuumtechnik erreichen Sie eine außergewöhnliche Passform. Das Ergebnis ist ein Mundschutz, der praktisch mit Ihrem Oberkiefer verschmilzt und optimalen Schutz bietet und gleichzeitig ungehindertes Atmen, Trinken und Sprüchen ermöglicht. Loblo Leistungsschutz